Man plant in drei Monaten, sechs Monatsprojekte, maximal zwei Jahresprojekte und für KI sind das keine Zeiträume mehr. KI ist ein Thema sehr komplex, da geht es um mehrere Jahrzehnte, die man planen müsste und das will niemand, weil das Risiko ist so groß, es ist überschaubar, Gewinne sind auch nicht zeitnah und so weiter.